Hi und herzlich willkommen bei Owned. Mein Name ist Halbgott und heute dreht sich alles rund um das Thema reich werden mit Twitch. Natürlich nicht. Heute reden wir darüber, wie man Geld verdienen kann mit Livestreams. Bleibt auf jeden Fall dran. Owned. Creating Stream Experiences. Über Nacht ist noch niemand reich geworden bei Twitch. Und trotzdem ist es eine wirklich schöne Sache, durch ein Hobby so ein bisschen Nebenverdienst zu haben. Durch Live sein, durch Gaming oder einfach nur reden, noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Das ist doch wirklich eine schöne Sache und im Endeffekt träumt doch jeder davon, mit so etwas seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Trotzdem ist es nicht ganz so einfach und es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr auf Twitch bzw. anderen Livestream-Plattformen Geld verdienen könnt. Und genau das schauen wir uns heute an. Was sind die Voraussetzungen? Was muss ich mitbringen? Und wie kann ich es erhalten? Um auf Twitch Geld verdienen zu können, müsst ihr ein sogenannter Affiliate sein. Mit diesem Affiliate-Status möchte einfach Twitch sicher gehen, dass ihr es ernst meint mit eurem Kanal und ihr wirklich in die Richtung gehen wollt und es auch verdient habt, quasi Geld zu verdienen. Das Ganze ist im Endeffekt ganz gut zu erreichen. Ihr müsst mindestens 50 Follower haben, in den letzten 30 Tagen 500 Minuten Streamzeit gehabt haben und das an 7 verschiedenen Tagen und ihr müsst mindestens 3 Zuschauer im Durchschnitt haben. Und das Ganze kriegt ihr dann automatisch über ein Achievement mitgeteilt, wenn ihr das geschafft habt und kriegt auch gleichzeitig eine E-Mail mit einer Einladung zum Affiliate-Status. Da müsst ihr dann auch verschiedene Informationen angeben, beispielsweise eure Adresse, eure persönlichen Informationen. Ihr müsst euch quasi registrieren dort und könnt dann ab sofort Geld verdienen. Es gibt auch hier einiges zu beachten, denn Twitch schüttet nicht nach jedem Monat aus, sondern ihr müsst erst einen bestimmten Betrag, der aktuell bei 100 US-Dollar liegt. Ihr müsst also 100 Dollar an Einnahmen haben, um ausgezahlt zu werden. Und das wiederholt sich auch jeden Monat. Das heißt, es ist nicht, dass ich das ein einziges Mal erreichen muss, sondern es wird immer nur ausgeschüttet, wenn ihr mindestens 100 Dollar verdient habt quasi. Geld verdienen könnt ihr eigentlich schon von Anfang an, aber wenn ihr erstmal ein Affiliate geworden seid, habt ihr natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten und auch direkte Möglichkeiten bei Twitch Geld zu verdienen. Ich möchte jetzt euch alle Möglichkeiten vorstellen, die es gibt, um gerade als Streamer Geld zu verdienen. Und anfangen möchte ich dabei mit den sogenannten Donations. Ihr habt bestimmt schon bei anderen Streamern gesehen, die haben dann irgendwie Donations und Leute können direktes Geld spenden an diesen Streamer. Das Ganze läuft aber nicht über Twitch, sondern das läuft über eine externe Seite. Hierzu gibt es viele Beispiele, beispielsweise Owned Pro, Streamlabs oder Tipi Stream. Beispiele, mit denen man eben eine kleine Seite erstellen kann, auf denen die Leute dann spenden können über Paypal, über Paysafe Cards oder sonstiges. Und das dann von dieser Firma gesammelt wird und an euch ausgezahlt wird. Das hat rein gar nichts mit Twitch zu tun, es ist aber trotzdem eine sehr gute Möglichkeit, einen Streamer zu unterstützen. Eine super Einnahmequelle für Streamer sind die sogenannten Cheers bzw. Bits. Bits sind die virtuelle Währung von Twitch, mit denen man Streamern zujubeln kann quasi, sie anfeuern kann oder wie man das auch immer betrachten möchte. Im Endeffekt können Zuschauer diese Bits auf der Plattform direkt selber kaufen, wobei beispielsweise 500 Bits umgerechnet ungefähr 7 US-Dollar sind. Und diese dann einem beliebigen Streamer geben, um ihn wie gesagt anzufeuern. Das Ganze hat wirklich den enormen Vorteil, dass ein Großteil dieser Bits wirklich direkt an den Streamer ausgezahlt werden. Eine wirklich super Sache ist, man kann diese Bits auch verwenden, um beispielsweise Extensions, also Erweiterungen in seinem Kanal zu befeuern. Hierbei gibt es ein ganz, ganz cooles Beispiel, das ich beispielsweise auch selber in meinen Streams verwende. Das nennt sich Sound Redeem. Ihr könnt also verschiedene Sounds hochladen, zum Beispiel ein gruseliger Schrei, ein Klopfen an der Tür oder vielleicht einfach nur ein witziger Sound. Und die Leute können dann Bits spenden, um diesen Sound ganz unerwartet abzuspielen und so quasi aktiv den Stream mitgestalten können. Das ist wirklich eine mega coole Sache, dass das Ganze so nahtlos funktioniert und ist auch für den Streamer eine super Einnahmequelle. Die schönste Einnahmequelle für einen Streamer sind die sogenannten Subs. Denn unabhängig jetzt mal davon, wie viel man ausgezahlt bekommt, als Affiliate beispielsweise nur 50% des Preises eines Abonnements, ist es trotzdem wirklich extrem schön zu sehen, dass Leute einen so sehr unterstützen und sagen, hey, den unterstütze ich über mehrere Monate hinweg, indem ich mir ein Abonnement kaufe. Das Ganze ist wirklich eine tolle Sache und wie gesagt, als Affiliate bekommt man hierbei 50% des Preises ausgezahlt. Das heißt, bei einem 4,99€ Sub, was die niedrigste Stufe ist, bekommt der Streamer ungefähr 2,50€ ausgezahlt. Das Ganze ändert sich, wenn man den Partnerstatus bekommt. Das Ganze schauen wir uns aber im Laufe des Videos noch an, was sich ändert von Affiliate zu Partner. Eine weitere Einnahmequelle, die nicht sonderlich effizient ist, aber trotzdem genannt werden sollte, sind die sogenannten Werbeanzeigen. Sobald ihr ein Affiliate seid, habt ihr aktiv die Möglichkeit, Werbung zu schalten. Ihr solltet aber beachten, dass es bei beispielsweise 1000 Zuschauern, die gerade diese Werbung schauen, nur Einnahmen zwischen 2 und 5 Euro sind. Hier sollte man wirklich abwägen, ob es das einem wert ist, seinen kompletten Stream für eine Werbung zu unterbrechen und Leute wirklich zu zwingen, irgendein Werbemedium anzugucken, da das Risiko dann doch eher groß ist, dass die Leute wegschalten. Außerdem müssen natürlich 1000 Leute auch erstmal diese Werbung sehen, was natürlich als Affiliate beispielsweise eher unwahrscheinlich ist. Trotzdem, nichtsdestotrotz, werdet ihr definitiv durch Werbung Einnahmen machen, auch wenn ihr sie nicht aktiv schaltet. Denn Twitch hat eingebaut, dass es vor nahezu jedem Stream, bei dem ihr kein Subscriber seid, eine Werbung vorgeschalten wird und diese Werbung geht zu 100% an den Streamer direkt. Das heißt, das sind zwar nur ein paar Cent im Monat, aber trotzdem ist es eine kleine Einnahmequelle. Auch eine weitere wirklich coole Sache ist, wenn ihr dann langsam mal eine Community aufgebaut habt, euch so ein bisschen ein eigenes, sagen wir mal eine eigene Marke aufgebaut habt und vielleicht ein eigenes Logo habt und sonstiges und die Leute finden das wirklich cool und wollen euch unterstützen, dann könnt ihr beispielsweise auf Merchandise setzen. Merchandise ist im Endeffekt dann Kleidungsstücke oder vielleicht auch ein Mousepad oder sonstiges mit eurem Logo drauf. Das Ganze funktioniert auch wieder über externe Dienstleister. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, beispielsweise Stream Elements bietet so etwas an oder Shirtinator oder andere Webseiten bieten sowas super einfach an. Die Leute kaufen sich quasi einen Pulli und können dann euer Logo da draufsetzen und schon bekommt ihr einen Teil dieser Einnahmen. Ihr könnt dann individuell einstellen, wie viel an euch gehen soll, wie viel geht an Shirtinator. Da gibt es dann einen bestimmten Mindestbetrag und alles, was zusätzlich bezahlt wird vom Zuschauer, der sich eben gerade euer Merch kauft, geht an euch. Das ist auch eine super coole Einnahmequelle und glaubt mir, es gibt kein schöneres Gefühl, als wenn ein Zuschauer euer Merchand hat. Auch eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle sind die sogenannten Partnerschaften, Kooperationen, Affiliations, wie man sie auch immer nennen mag. Das Ganze ist auch eine super Einnahmequelle, wenn ihr beispielsweise mit irgendwelchen Firmen kooperiert, beispielsweise ihr Logo in den Stream setzt oder ihr habt vielleicht einen Partnercode, mit dem Leute rabattierte Artikel kaufen können, dann bekommt ihr definitiv einen Anteil von den Einnahmen, die diese Firma generiert. Beispielsweise bietet auch Owned eine Partnerschaft an, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mal durchklicken, da könnt ihr euch bewerben, einen exklusiven Code für eure Community erstellen, bei dem sie Rabatt kriegen und ihr in Abhängigkeit der verkauften Artikeln auch nochmal ein bisschen Nebenverdienst einnehmen könnt. Nachdem wir jetzt über die ganzen Einnahmequellen gesprochen haben, gibt es noch einen weiteren Schritt, den man quasi in seiner Streamingkarriere erreichen kann, um diese Einnahmen, die man erhält, noch ein bisschen in die Höhe zu treiben. Das ist der sogenannte Partnerstatus. Der Partnerstatus ist um einiges schwieriger zu erreichen und hierbei sind nämlich die Voraussetzungen deutlich höher. Die Voraussetzungen für den Partnerstatus sind mindestens 100 Zuschauer im Durchschnitt. Euer Twitch-Kanal muss den Nutzungsbedingungen von Twitch entsprechen, ihr solltet also vorher noch keine irgendwelche Strikes gehabt haben oder irgendwelche Probleme wegen Nutzungsbedingungen und ihr müsst regelmäßig, also mindestens dreimal pro Woche streamen. Trotzdem gibt euch das Ganze nur die Berechtigung, sich auf den Partnerstatus zu bewerben. Bitte beachtet, dass es nicht heißt, wenn ihr diese Achievements quasi erreicht, dass ihr wirklich ein Partner werdet. Twitch behält sich das Recht, vor Bewerbungen abzulehnen bzw. zu vertagen. Eine Ablehnung bedeutet aber nicht gleich, dass ihr euch nie wieder bewerben könnt, sondern baut euren Kanal aus, macht ihn nochmal ein bisschen größer, schöner und argumentiert in dieser Bewerbung gut, wieso ihr gerade ein Partner werden wollt bzw. ein Partner werden sollt. Wenn man diesen Status erreicht hat, werden beispielsweise viel mehr Anteile von den Subs ausgezahlt, da ihr natürlich auch mehr generiert und Twitch trotzdem dadurch Einnahmen erhält. Ihr bekommt als Partner deutlich mehr von Bits, ihr bekommt deutlich mehr von den Abonnements usw. Jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen. Wie viel verdient man denn nun mit Twitch? Und genau das kann euch keiner beantworten, denn jede Community ist anders. Hier supporten manche mehr, da schauen vielleicht mehr zu. Das ist absolut nicht vorhersehbar. Es ist mega, mega schwierig zu sagen, man kann davon leben. Es gibt Streamer, die beispielsweise auch in Videos schon ihre Einnahmen teils veröffentlicht haben, wo Leute davon ausgehen, dass sie gerade zu den Weihnachtsmonaten über 200.000 Euro im Monat einnehmen, was eine immense Summe Geld ist. Trotzdem heißt es nicht, dass man quasi wirklich davon leben kann. Viele benutzen Twitch als Nebenberuf, machen nebenbei noch YouTube oder sonstiges oder arbeiten ganz normal. Die Frage zu beantworten, wie viel man verdient, ist nahezu unmöglich. Das kann von 0 bis, was weiß ich, wie viel Geld gehen. Ihr müsst euch also selber mal die Gedanken machen, wie sieht eure Community gerade aus und im Endeffekt wisst ihr natürlich am besten, wie viel man verdienen kann. Nach oben gibt es definitiv keine Grenzen. Je mehr man einnimmt, desto schöner ist es doch, oder? Trotzdem solltet ihr wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache beachten. Und zwar die sogenannten Steuern. Es wird euch niemand wirklich beantworten können von der Community oder sonst wo auf YouTube, wie ihr wirklich Twitch, YouTube oder sonstige Einnahmen zu versteuern habt. Geht da unbedingt auf einen Steuerberater zu, denn es kann ganz schön schnell passieren, dass ihr hierfür eine Strafe bekommt, wenn ihr unangemeldet Geld einnehmt. Theoretisch gesehen müsstet ihr ab dem allerersten Cent bereits euren kompletten Einnahmen versteuern. Das Ganze ist natürlich erstmal nicht so schlimm, wie es sich anhört. Trotzdem solltet ihr das im Voraus bitte unbedingt abklären. Unterschätzt es nicht und schiebt es nicht die ganze Zeit auf, selbst wenn es bisher nur ein paar Euro sind. Klärt das ab, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und ansonsten war es das heute mit dem heutigen Video. Wir haben darüber gesprochen, wie und wie viel man einnehmen kann auf Twitch. Ich wünsche euch jetzt allen ganz, ganz viel Spaß weiterhin beim Streamen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne wieder unten in die Kommentare rein. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.